Guten Morgen. Wie kann man das Verstehen der Nachlass von Franz Dahl? Aber woraus besteht denn so ein Nachlass? Nun grundsätzlich vor allem aus natürlich Archivalien, die er erhalten hat. Wir haben einen Großteil von Briefen, die er insbesondere auch als Reaktion auf sein Buch unvergessen erhalten hat. Und daneben auch einige persönliche Dokumente, Briefe, die er selbst geschrieben hat, Leserbriefe. Eine große Sammlung an Zeitungsartikeln über ihn. Also er hat sich wohl selbst bemüht, ein praktisch kleines Medienarchiv über ihn selbst anzulegen. Schließlich auch Zeitungsartikel über politische Themen, die ihn interessierten. Geschichtliche Themen, natürlich über die Konzentrationslager, Zweiter Weltkrieg, Option, die ihn sehr interessierten. Und dann zum Schluss auch seine persönliche Handbibliothek, die aber auch durchaus spannend in der Aufarbeitung ist. Das heißt, ein Großteil des Nachlasses kommt nach seiner Zeit, nach der Veröffentlichung seines Buches? Ganz genau. Wir haben viele, viele Briefe, die sich in Reaktion auf Unvergessen eben beziehen. Thalers Buch hat die Menschen angeregt, zum Nachdenken gebracht. Und so wurde hierauf eben viele Briefe an ihn geschrieben, wo die Menschen beeindruckt von seiner Lebensgeschichte waren. Oder sich auch aufgrund seiner religiösen Überzeugung beeindruckt zeigten. Und deshalb das Bedürfnis auch verspürten, ihm zu schreiben. Das sind auch Briefe von bekannten Südtiroler Persönlichkeiten? Ja, unter anderem. Also wir finden natürlich den bekannten Historiker Leopold Steuerer darunter, der durchaus auch an dem Buch mitgewirkt hat, beziehungsweise dazu Thaler unterstützt hat, dieses Buch zu schreiben. Wir finden aber auch einen Florian Kronbichler unter den Briefschreibern, einen Rudi Gamper, der hier im Sender sicherlich bekannt ist. Wir finden Mariel Innerhofer, die bekannte Montagdichterin, den Landeshauptmann Kompatscher. Wir finden wirklich verschiedenste Südtiroler Persönlichkeiten, die sich auch mit der Person Thaler und seiner Lebensgeschichte befassten und sich davon beeindruckt zeigten. Was ist so ein Highlight in diesem Nachlass, was Sie persönlich vielleicht als Highlight empfunden haben bei der Aufarbeitung? Nun, das sind durchaus eigentlich die Briefe von einfachen Menschen, die von der Lebensgeschichte, von den Erlebnissen Thalers im Lager so beeindruckt waren, dass sie sich eben dazu bemüßigt fühlten, ihm Briefe zu schreiben. Andererseits sind natürlich die Briefe Thalers selbst ein Highlight, weil man daraus seine Gedankenwelt, seine Überlegungen rekonstruieren kann oder verstehen kann. Und ein ganz besonderes Schmankerl war zum Beispiel ein Brief einer Französin, die aufgrund eines Fernsehberichtes in Frankreich das Gefühl hatte, sie muss Thaler schreiben. Und Thaler hat dann einen Verwandten gebeten, einen französischen Brief für ihn aufzusetzen, um dann dieser Französin zu antworten. Und das alles handgeschrieben noch? Ja. Auch das Manuskript von Unvergessen gibt es in handgeschriebener Version, das Ihnen aber nur digital vorliegt, denn die Töchter haben das behalten wollen. Ja, exakt. Also die Töchter haben natürlich einen auch emotionalen Bezug zu gewissen Archivalien und wollten beispielsweise das Manuskript von Unvergessen noch behalten. Wir haben es aber digital vorliegend. Das heißt, es ist eingescannt in der Originalform. Also man sieht wirklich das Handgeschriebene. Exakt. Auch bei den meisten Briefen und so weiter haben wir das Glück, dass Thaler einiges eben per Hand vorgeschrieben hat und dies dann anschließend von den Töchtern zumeist abgeschrieben, abgetippt wurde und somit für uns erhalten blieb. Ansonsten wäre es ja so, dass Briefe oder Dokumente, die Thaler selbst geschrieben hätte, bei den Adressaten liegen geblieben wären. Aber durch diese Vorschriften haben wir eben das Glück, auch darin Einsicht zu haben. Dass das alles aufgearbeitet wird, hat ja auch einen Grund. Das Ganze soll dann öffentlich zugänglich werden. Genau. Die Südtiroler Bevölkerung, Forscher, die sich mit dem Thema befassen, sollen über diese Aufarbeitung den Zugang zu diesem Nachlass Franz Thaler bekommen, um eben über diese Zeit, insbesondere dann auch über die Erinnerungskultur im 20. und 21. Jahrhundert sich auch informieren zu können. Wie genau soll das funktionieren? Wie kann ich sowas einsehen jetzt, wenn ich das nachschlagen möchte? Nun, der Nachlass wird von mir derzeit so aufgearbeitet, dass die Dokumente inhaltlich erfasst werden und dann über die Webseite des Stadtarchives online zugänglich gemacht wird. Also man wird vorfinden, wer den Brief geschrieben hat, zu welchem Zeitpunkt und dann mit einer kurzen inhaltlichen Zusammenfassung, sodass man wirklich einen schönen Einblick in die Archivalien bekommt. Betrifft vor allem Briefe und Manuskripte, aber es gab ja auch Bücher, also die Handbibliothek von Thaler. Kann man anhand dieser Bibliothek sehen, womit er sich auch im späten Alter noch beschäftigt hat? Ein Großteil der Bücher handeln ja wirklich von Konzentrationslagern, vom NS-Regime, vom Widerstand. Ja, das ist korrekt. Ein Großteil der Bücher behandeln die Themen Konzentrationslager, weil natürlich für ihn selbst dieses Thema bis zu seinem Tode prägend blieb und ihn beschäftigte. Selbstverständlich hat er einige dieser Werke wahrscheinlich schon vor der Herausgabe von Unvergessen sich besorgt, um eben auch zur Veröffentlichung dieses Buches sich informieren zu können. Andererseits hat er natürlich einige Bücher geschenkt bekommen von Lesern, von Unvergessen, von Freunden, von Bekannten. Und hier ist es eben durchaus spannend, sich beispielsweise die Widmungen sich anzusehen, wo man dann wiederum merkt, mit wem Thaler in Kontakt stand, wie hier die Beziehungen waren und wie man sich auch gegenseitig beeinflusste in der Erinnerungsarbeit. In Kontakt stand er auch mit anderen Personen, als er unvergessen geschrieben hat. Es ist ja mehr eine Sammlung von vielen einzelnen Geschichten, die er später zusammengefügt hat oder Erzählungen. Nun, es ist natürlich eine zusammenhängende Erzählung. Jedoch gehe ich davon aus, dass er zunächst seine Erlebnisse peu à peu aufgeschrieben hat, um sie vielleicht seinen Kindern oder Bekannten zu erzählen und sich selbst daran zu erinnern und dann später zu einem Buch kompiliert hat. Das sehen wir dann eben anhand von verschiedenen Ausschnitten aus Unvergessen, die ich eben als einzelne Dokumente im Nachlass vorfinde. Und dann später dann eben wahrscheinlich zum Manuskript vereinigt wurden. Also Stück für Stück geschrieben und dann die Geschichte daraus. Genau, exakt. Bis wann kann das Ganze veröffentlicht werden, beziehungsweise wann ist der Nachlass aufgearbeitet? Ich hoffe, dass das die nächste Zeit soweit sein wird. Also ich arbeite jetzt seit wahrscheinlich einem halben Jahr daran. Wir sind jetzt eigentlich im Endstadium mit der Aufarbeitung und werden dann schauen, dass wir die Veröffentlichung demnächst präsentieren können. Dann soll der ganze Nachlass öffentlich einsehbar sein auf der Homepage des Stadtarchivs Bozen. Patrick Gamberoni, vielen Dank für den Besuch im Studio. Herzlichen Dank.